Der Huberhof ist ausgesiedelt worden. Ich denke, das ist in Gutsinn jetzt auch so gut. Und macht die Produktion, vor allem der Erdbeeren. Sie glauben, ein Imagefilm muss doch bestimmt unglaublich aufwendig und teuer sein? Dann schauen Sie doch mal, was wir mit einem kleinen Budget für den idyllischen Huberhof gezaubert haben. Durch eine gute Planung und Organisation im Vorfeld haben wir nur einen Drehtag vor Ort gebraucht. Und durch unser gutes Verständnis für den Kunden und seinen Anspruch ging der Schnitt und die Postproduktion kompakt und sogar ohne Korrekturschleifen von der Bühne. Authentisch und emotional sollte es werden. Und das kam dann auch dabei raus. Authentischer Imagefilm, Film ab! Der Huberhof ist ausgesiedelt worden von meinen Eltern. Wir haben ja schon seit 1963 Erdbeeren hier. Und der Spargel kam ja erst vor etwa zwölf Jahren dazu. Ja, hier ist halt Familienbetrieb durch und durch. So wie man es sich eigentlich vorstellt. Ich denke, das in Gutsinn jetzt auch so gut, wenn man mit Herz dabei ist und einem Spaß macht. Wir versuchen, alles so gut wie möglich zu produzieren in der besten Qualität, so frisch wie möglich zu sein, aber trotzdem halt nicht die Basics so ein bisschen aus den Augen zu lassen. Es hängt vieles mit dran. Klar, und so haben wir das gemacht, dass jeder das macht, was ihm vielleicht auch am ehesten liegt. Mein Sohn macht die Produktion, vor allem der Erdbeeren. Die Schwiegertochter macht das Büro und aber auch den Hofladen mit. Meine Frau macht das Tagesgeschäft, was das Restaurant betrifft. Ich mache die Spargel und die ganze Organisation, die Vermarktung, den Verkauf etc. Es ist einfach schön, das zu sehen, so über den ganzen Jahresverlauf, wenn dann so die Pflanze dann irgendwann Blüten bringt und schön wächst und dann irgendwann so die erste Frucht vom Jahr dann dranhängt und man durchläuft durchs Feld. Und man kann so die erste Erdbeeren essen. Das ist eigentlich so, dass man sich das ganze restliche Jahr darauf freut. Und dann kommt die Erfahrung der Jahre hinzu. Das, was man auch von ich, von meinem Vater, der Sohn auch von mir schon ein bisschen mitgekriegt hat. Das alles in der Summe, das ergibt dann einfach mit dem Feedback der Verbraucher auch natürlich und dem permanenten Umgang mit der Kultur und mit der Frucht, ergibt dann einfach das Know-how, das man braucht, entsprechende Qualität anzubieten und anzubauen. Wir versuchen natürlich alles, was wir ernten, auch zu verwerten. Wir haben neun Verkaufsstände draußen in der Umgebung stehen. Wir liefern sehr viele Rewe- und Edeka-Geschäfte direkt. Von unseren Erdbeeren und Himbeeren machen wir Säfte, Marmeladen, Gelees, Konfitüren. Wir verarbeiten die natürlich weiter zu Eis, Erdbeerbecher, wo dann die geschnittenen Erdbeeren draufkommen, zu Kuchen. Seit 2000 betreiben wir das Erdbeercafé, obwohl es jetzt eigentlich ein Restaurant ist. Ich will auf jeden Fall, dass sich die Leute hier wohlfühlen, dass die Leute hier rausgehen und sagen, das war klasse. Durch das, dass bei uns selten ein Auto durch den Hof fährt, können die richtig entspannt ihren Kaffee genießen. Und die Kinder sind hier beschäftigt, gerade mit den Esel, Ziege, Hase, alles was hier rumkäut und fleuch. Wir haben so einen kleinen Spielplatz und ein schönes Strohlabyrinth, wo die Kinder klettern können. Und das alles in der Summe, das macht es aus, damit sie sich wohlfühlen bis hin zu einer grünen Umgebung. Uns dürfen besuchen alle Familien, Kinder, die Senioren sind willkommen, eigentlich alle Genießer, die Spargel lieben, Erdbeeren lieben und einfach unsere frische Küche. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020